High by the beach, get high, baby, baby, I'll fly High by the beach, get high, baby, I'll fly Alright, love this Wow It's still inятся ...mehr als man uns zugetraut hat. Wir beide wissen, dass es kein Happy End ist. Aaron Kina, unser mörderischer Lieblingsverräter, ist immer noch da draußen. ...und Herr Schenengo. ...die sich jetzt wiederholt im Malz. Ja, hochinteressant. Halt die Klappe. ...und WOM-Hörst ist, wissen wir auch nicht, oder was er sonst noch auf Lager hat. Aber, aber es gibt Hoffnung. Dr. Kendall und das DCC sind einem Impfstoff auf der Spur. Wir haben dem LNB, den Cleaners und den Rikers das Rückgrat gebrochen. Die Stadt gehört wieder uns, wie versprochen. Wir sind jedoch noch nicht fertig. Solange es die Dark Zone gibt, haben wir genug zu tun. Darfschütze. Aber wir sind im Begriff, die Stadt zu retten. Und mit ihr vielleicht noch etwas anderes. Nichts schlecht für die zweite Welle, oder? Unidentifizierendes SHD-Texelge outet. Wir sind also aided. Wir waren ein ziemlich gutes Team, finde ich. Wir haben viel für die Stadt getan. Mehr, als man uns zugetraut hat. Wir beide wissen, dass es kein Happy End ist. Aaron Kina, unser mörderischer Lieblingsverräter, ist immer noch da draußen. Und er hat Chernenko. Lesen Sie mal Kinas After. Sie ist hochinteressant. Und wo M. Hörst ist, wissen wir auch nicht, oder was er sonst noch auf Lager hat. Ich bin die ganze Zeit hinter denen. Ich bin die zweite Welle, oder? Unidentifiziertes SHD-Texelge outet. Hier Sparrow Six. Erreichen Position in unter einer Minute. Wie, Feindkräfte nähern sich und fertig? Feindkräfte nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Super. Jetzt hängt es komplett. Ja, jetzt hängt es absolut. Allerdingsens alle aber ziehen nicht mehr. Wir sind vor Ort und passen auf. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir jetzt nächstes machen. Das hört sich irgendwie wie Bob der Baumweister an, wenn du jo, wir schaffen das sagen. Okay, rechts sind sie. Los. Überall sind sie. Überall sind sie. So, und diese Runde sind wir sogar zu viert. Wieder mit dem Commander Red, dem Erik und dem X-Sider. Hallo. Hallo. Dann wollen wir mal weiter. Und zwar machen wir jetzt oben das Midtown East, ne? Links. Nimm jetzt nen Gegner. Was? Uh. Oh, nicht quatschen, handeln. Von hinten. Äh, von rechts. Ich auch noch. Ja, von rechts. Genau. Hier gibt's ganz schön viel Wumms hier, Mensch. Naa. Schon wieder ein neues Ziel. Oh, erstmal was grünes da. Also hier müsste es ja bessere Sachen dann geben, ne? Hier sind wieder Gegner. Eigentlich. Hofft man. Ähm. Ja, also in der Dark Zone droppt jetzt bei fast jedem Boss gelb. Cool. Hatte ich heute schon mehrmals. Genau sowas brauche ich, ich hab nur eine einzige gelbe Sache. Ich hab gar keinen. Ich schwör dich nämlich. Ja, ich hab der die Pistole gebaut gehabt, deswegen hab ich das. Innen links ist gelbe. Granate. Hm, was geht denn das? Ha, hab ich von hier unten geholt. Ah, hier ist Munitionserfüll. Habt ihr schon? Was? Nee, nee, nee. Nur nicht gesehen. Aber immer wieder gern. Ein bisschen schickig stammt. Dring alle hin. Hehehe. Gut, dann würde ich sagen, ich markier das nächste und dann geht's auch schon weiter. Ein Kanal unterwegs, das ist wirklich. Schon wieder. Hm, da trifft man alte Bekannte im Kanal. Im Abwasserkanal. Hm, gut, dass ich schon gegessen hab. Ich noch nicht. Ich noch nicht. Sackgasse? Ah, jetzt müssen wir hoch in die U-Bahn-Schichte wahrscheinlich. Ich bin noch mal durch den ganzen Modder und allem. Ich bin noch in die Tasche. Ja, hier ist ein LNB-Solder. Ja, hier ist ein LNB-Solder. Ja, hier ist Eber Costa und ich. Ich bin nicht mehr aus dieser verdammten Stadt heraus. Wie geht das Essen aus? Und ich weiß nicht weiter. Im Bahndepot kampieren eine Menge verzweifelter Leute. Ich glaube, viele davon sind krank. Über den Lincoln-Tunnel kommt man nicht mehr weg. Über die Brücken auch nicht. Man kommt überhaupt nicht mehr raus. Reinkommen war einfach... Auf Leute, die rein wollen, ach... Zivilisten sind sicher. Nur so auf Neugier, als was haben Sie früher gearbeitet? Das Last-Man-Batterion haben Sie wie ein Vollprofi fertig gemacht. Jo, jo. Tjo, Bereich ist gesichert. Ich gehe mal kurz hier rein. Hier gibt es Akten und Gegner drin. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Das sind eine Menge Gegner. Acht, glaube ich. Die sind, glaube ich, neben dem Gebäude oder dahinter. Erstmal eine Kiste zum Munition zu erfüllen, das reiche ich mir schon mal. Hier sind noch noch Geiseln. Hören Sie zu. Bein, krass. Ach so, wo es in der Umgebung drei Geiseln ist, ich will. Sie wollen angestellt, um unsere Aktivposten zu sichern, wie vereinbart. Aber die sind nicht sicher. Wir reden hier von Milliarden-Schäden. Ihre Aktivposten interessieren mich einen Scheiß, Nancy. Nicht mehr. Wir haben im Vertrag Buchstaben getäuselt. Und als Gegenleistung stecken Sie meine Männchen an der Stelle. Müssen wir auch sowas. So können wir mal in den Großschädigen. Habt man es bitte? Ich suche gerade oben in der Oberlitarie. Es gibt Wichtigeres. Damit werden Sie nicht durchkommen, Scheiß. Okay, ich gehe runter. Was wollen Sie machen? Mich verklagen? Aber oben ist nichts. Sie werden alle sterben mit Schädigunternehmen. Und zwar Wichtigeres, als eine tote Serverfarm zu bewachen. Und tun Sie was gegen den Husten. Das klingt ja furchtbar. Komisch. Hier sind Gegner, Scheiße. Dann lass es Sie doch machen. Vielleicht haben die einen Schlüssel oder so. Nein, nein, nein. Das Schlüssel muss irgendwo rumliegen. Das Schlüssel muss irgendwo rumliegen. So, ich würde sagen, jetzt können wir nach dem Schlüssel suchen. Ja, aber wenn hier einer irgendwo rumliegen würde. Diese Kugel ist... Schlüssel... Hallo, Schlüssel... Ja, jetzt wird auch oben angezeigt. Schlüssel suchen. Hat der in den Zellen geguckt? Ich habe Schlüssel. Ah, wird ja gut. Sehr gut. Okay, einer kann unten jetzt aufmachen. Hier ist noch ein... Ähm... Zivilisten sind in Sicherheit. Waffenteile? Ein Blockbuch-Eintrag. Achso, ja, den habe ich auch schon. Sehr gut. Die Biene hat auf jeden Fall gesessen. Das läuft doch gut. Oh, dann holen wir uns die mal. Basis identifiziert. Ach, das sind JTF Leute, okay. Oh, ich habe schon mal eine Suchermine geworfen. Ups. Ja, hier ist auch das Reihen. Ja, folgt sie mir halt. Macht nix, friendly fire. Aber die Basis ist ja eh in der Nähe, also von daher macht es ja nichts. Ähm... Ja, hier ist der Eingang bei mir. Oh, da kommen die von da hinten auch ab. Jep. Dann lenke ich mal ein bisschen ab hier. Oh, nee, da sind wir schüttet, scheiße. Hab ihn. Danke. Ich brauche mehr Wumms. Geht's unter. Schütze aber auf jeden Fall besser als meins. Ah, er ist schon oben. Äh, ist ja so schnell hier. Mensch. Bereich gesichert. JTF benachrichtigt. Sehr gut. Mann, das ging irgendwie ein bisschen schnell, oder? So. Okay, dann gucken wir mal gleich das nächste.